Hallo, Hallöchen Popöchen, euer Kaito hier und wir werden nun ein wenig Overwatch... Ne, scheiße. Yo, was geht ab? Foresh Kaido Berg am Start sein? Nach etlichen Jahren auf YouTube und all den schönen Zeiten, die ich erlebt habe. Wie lang bin ich jetzt eigentlich schon auf YouTube? Ich weiß nicht, aber jemand hat mein Abo gekündigt. Seit 2005. Seit all den Jahren, seit den zwei Jahren, die ich auf YouTube dabei bin, habe ich echt eine Menge mitgemacht. Es waren gute Zeiten, es gab schlechte Ficken. Ich habe 100 Lootboxen, ich öffne den Shit jetzt einfach mal. Grüße gehen, Dana. Fickt euch. Das ist ja ein Traum. Läuftaufnahme? Das wäre sonst echt bitter, wenn die Aufnahme nicht laufen würde und ich nehme den ganzen Shit auf und jetzt habe ich 100 Lootboxen geöffnet und nichts läuft. So, direkt die nächste Lootbox. Vielleicht hätte ich das alles Lust machen. Ja, das ist so das Geilste, mache ich so... Ja gut, schon wieder alles doppelt. Ne, 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 ne. Wir fangen einfach mal direkt von hinten an. Ich habe noch ein paar Lootboxen vom letzten Jahr. Yay. Happy Birthday und neues Jahr, ihr Picker, ey. So, was haben wir denn alles? Geil. Okay, nächste Lootbox in der Herdgeballer. Yay. Nice. Scheiße. Nächste Lootbox in der Herdgeballer. Ich will irgendwas Legendäres haben. Btrink. Mensch. Wuh! 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 Ja Mensch! Das Kinder! Hab' ich aber ein Glück hier aber auch! Mensch! Ja, auch nicht geiler, als man geil hätte sein können. Das sieht aber hübsch aus, das muss ich nicht mehr mit. Ich vermögen auf legendäres, bettet, bettet, das ist nichts mehr als legendäres, aber ich habe legendäres Money. Nein, das ist nicht dein fucking Ernst, das ist nicht dein fucking Ernst, dann habe ich mir geweiht, weil ich gedacht habe, dann ziehe ich nicht, aber natürlich habe ich ihn gezogen, ich habe 3000 Money jetzt eben gerade verschwendet, eben gerade vor einer halben Stunde, ich weiß was? Tschüss, aber komm, hol mal eine Brut, ich weiß nicht, ich zeig Glissart an. Blau, ist der Shit, den ich haben will, danke Blau, bin ich schön, halt die Fresse Blau, ja, mauuu, geil, das wurde schon immer, fecke, fecke, fecke Scheiße, Mann, geil ey, 100 fucking tausend Lootboxen und dazu habe ich 500 Credits bekommen, jetzt habe ich 1985, 599 Jahrgang, sehr, sehr guter Jahrgang, ja, noch zwei Lootboxen und was habe ich dazu bekommen, ich habe gar nicht mal gezählt, wie das legendäres, aber das erzähle ich nachher, ich mache nicht so Artistic oder so mache ich die händerte. Also habe ich irgendetwas geiles aus den Lootboxen? Referenz? Wieso Referenz? Habe ich irgendetwas cooles? Nee. Ja okay, gut. Aber hier, Mensch, meine Fresse, das ist eigentlich ein echt cooles Spray. Stabt ihr mich mit? Boop, 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 boop. Ich will auch irgendwas, irgendwas, irgendwas sexistisches, geiles, hau. Ah ja, wahrscheinlich. So kriege ich keine... Die will ich auch haben, die soll keiner schleppen. Ja, die wollte ich auch. Double this money! 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 Ja du motherfucker hast es voll verkackt, ey. So. Tschüssiggekommn, da muss ich mal ein kleines... Junge, 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 so. Ha! 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 Ne. Das ist das einzige was ich mir gekauft habe. Öffnen wir noch die 37 Lootboxen. Und was sehen wir da? Uh! Was ist denn das? Ich raste aus! Das ist die! Das ist die! Das ist das! Echt mal! Ich schwöre, wir haben eine Kalmungskapierschrift nicht. WUH! Wer will denn fucking 500 Gold haben? Wer will denn mindestens einen Skin für fucking 3000 bekommen kann? Aber nein, natürlich nicht! Sag mal, ja Jukai, du brauchst nur fucking Money, du hast kaum Money, du hast nur fucking 4510 Money, ey. Yo! Was hat... Das hat geknackst! Irgendwas hat wehgetan! Und nur wieder blauen Scheiß! Eröffne den fucking Scheiß! WUH! Blaue Sachen! Okay! Was haben wir denn hier? Oh, der sieht voll süß aus! Oh mein Gott! Der sieht voll süß aus! So und... Ehm... Wer nicht! Ich zerreiße dieses Spiel in der Luft! Fünf Loose Quicks erstmal im Banken, Einspielungsspiel und dann so noch... Das ist nichts Legendäres! Das ist nichts Legendäres! Aber ich will... Ich habe gerade gedacht, der hat einen brennenden Kopf! Ey, das wäre halt schon übelst fresh gewesen, wenn der Kopf so am abfackeln ist und du denkst... Wow! So... Ah ja, komm! Also langsam... Langsam steigt so mein Bluthochdruck... Oh, das wollte ich haben! Das ist echt putzig! Oh! Aha! Daaaah! Daaaah! Bitch! Oh, das ist aber einfach abgeschossen! Läuft die Aufnahme noch? Ja! Genau! Schauen! Ja, hat nichts gebracht! Digga, was haben... Ich bekomme so... Also von den Skins, die ich haben will, ne? Ist nichts dabei! Impressess... Ne... Yo! Was... Nice! Den wollen die schon immer haben! Den... Weites Land... Mh... 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 Komm schon, ey! Ich will irgendwas geiles haben! Bittee! Mh... 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 Ey, cool! Credits! Yeah! Credits! Mh... Alter, Jungs! Jungs und Mädels, da ist er wieder der Genschen mit seinem brennenden Haar! Ich hab das Game bekommen, wollt ihr mich ficken oder was? Oh! Heldum! Dann krieg ich was, dann krieg ich so einen Scheiß-Skin für diese nette Frau und er sie esst, die fickt mich tot und dann... DUM! Ich bin ein Mann, wenn ich klein bin, ich bin ein Mann. Ich hab das. Ich habe mich auch von einem kleinen Rot. Ich habe mich immer noch gettetet, aber ich bin ein Mann. F. Was soll ich das gober? Also, wenn ich jetzt noch einen legendären Skin von ihr bekomme, dann rast ich aber aus. Ey, cool, ich kann das... Oh mein Gott, ich kann das mit dem Controller öffnen. Äh, vorge... Näh, nächste Lootbox. Oh, öffnen. Oh, das vibriert so schön. Oh mein Gott, wo er... Wieso erfahre ich denn jetzt, dass es so schön vibriert? Ich tue jetzt... Kommt jetzt die Zeit für Werbung oder so ein Käse? Wenn ja, ich versuche das jetzt mal auch mal mit diesem... Ja, auch hier rechts oder links oder unten. Also, wenn jetzt weitere Videos erscheinen, wenn ihr darauf Bock habt. Wenn nicht, ja, dann fickt euch doch selber. Ja gut, das war jetzt mein großes 100 Abonnenten-Special. Bei 200 Abonnenten sind es dann 200 Lootboxen, wahrscheinlich auch ein Rep und ein Striptease dazu. Nicht zu vergessen, ich werde auch jetzt in regelmäßigen Abständen wieder was hochballern. Das habe ich letztens auch gesagt. Und dann kam für etliche Monate nichts mehr. Das wird wahrscheinlich wieder so sein. Aber hey... Speicherplatz freigeben. Es steht nicht genügend Speicher zur Verfügung. Aber neues Foto, ja ficken, ey. Ja. Ach so. Den obligatorischen Bass habe ich vergessen. Damit you... ... ... Vielen Dank.